Jo meine Freunde, willkommen zum zweiten Part vom Hauptset 219 Magic, auch heute kommen wieder neun Booster Packs dran, wie EMG. Im ersten Part hatten wir bereits schon zwei Mysticwares plus einen Planeswalker, was ein sehr guter Start ist. Ich würde sagen, wir reden auch nicht länger drum herum und sagen, ich würde doch gleich mal anfangen. So, Damia Druid in der Kuttengrund 2 Mana, Kreatur Elf Druid für Tepp erzeugt sie ein Waldmana und Kapitänz 3. Weissagung 3 Mana, Hexerei, man kann zwei Karten ziehen. Den hatten wir, da kommen wahrscheinlich Karten, die wir schon hatten. Manalith hatten wir noch nicht, 3 Mana Artefakt, für Tepp kann man ein Mana einer beliebenden Farbe erzeugen, was nicht schlecht ist. Rostschwinge, Falke, ein Mana ist ein Vogel, hat fliegend, kommt mit 1, 2. Geisterform 2 Mana, Hexerei, bis zu 2 Kreaturen unserer Wahl können diesen Zug nicht geblockt werden, was ziemlich cool ist für 2 Mana. Bösartiges Wildschwein, 4 Mana, Kreatur Wildschwein. Der kann nicht von mehr als seiner Kreatur geblockt werden, kommt mit 4, 3. Gelehrte des Horizonts, 6 Mana, Swings, Kreatur, Fliegen, kommt mit 4, 4. Wenn er ins Spiel kommt, kann man Hexerei 2 anwenden, das heisst die obersten 2 Karten anschauen, davon eine beliebige Anzahl unter die Bibliothek legen und den Rest oben darauf. Schildross kommt mit 4, 3 Mana, Eisenpferd, kann nicht von roten Kreaturen geblockt werden und wenn es ins Spiel kommt oder Ziel 1, Sauberufbruch oder einer Fähigkeit wird, der bezweifle, der dein Gegner kontrolliert, erhältst du 3 Lebenspunkte dazu und sie kommt mit 2, 3. Versierter Animator, 3 Mana, Kreatur, Mensch, Handwerker, kommt mit 1, 3. Wenn er ins Spiel kommt, wird ein Artefakt unsere Wahl, dass man kontrolliert, ein Artefakt Kreatur mit Basisstärke und Widerstandskraft 5, 5, solange die versierte Animator im Spiel ist. Und als Wehr haben wir öffnet die Gräber, kommt für 5 Mana, ist eine Verzauberung, immer wenn man eine Nicht-Spielstein-Kreatur, die man kontrolliert stirbt, erzeugt man einen 2, 2 schlafen Zombie-Kreatur-Spielstein, was ziemlich cool ist. Ein Wald und ein Zudat. Next. Hatten wir Kind der Nacht, immer wieder cool. Zwergenpriester Hatten wir, glaube ich, schon. Wiederauferstehen, das Skelett hatten wir noch nicht. 2 Mana, Kreatur-Skelett, Kriege, komm mit 1, 1. Für 2 Mana kann man das wiederauferstehende Skelett aus dem Friedhof geteckten Spiel zurückbringen, also es kann wie immer wieder, wieder geboren werden. Diamant-Ross. 2 Mana, Artefakt, Kreatur, Pferd, komm mit deinem Style. So wie das Diamant-Ross ins Spiel kommt, bestimme eine Farbe. Immer wenn ein Zauberspruch der bestimmte Farbe wirkt, erhältst du einen Lebenspunkt dazu. Was ziemlich cool ist. Tektonische Spalte, 4 Mana Hexerei, man kann ein Land unserer Wahl, nicht fliegende Kreatur, also zerstöre ein Land deiner Wahl. Nicht fliegende Kreaturen können in diesem Spielzug nicht blocken, was ziemlich cool ist. Oh, als wäre, haben wir Siegelschwert von Valeron. 3 Mana, Artefakt, Ausrüstung. Die ausgerüstete Kreatur hält plus 2, plus 0 und hat Wachsamkeit. Und zusätzlich zu ihren anderen Typen ist sie ein Ritter. Immer wenn die ausgerüstete Kreatur angreift, kann man einen angreifenden 2-2-weißen Ritter-Kreatur-Spielstein mit Wachsamkeit erzeugen. Das Ausrüstung kostet nochmals 3 Mana zusätzlich. Überschwemmte Knochenacker, das Doppelland. Oh, Drachenschülerin. Das sieht ja enorm cool aus. In Holo sieht die verdammt cool aus. Drachenschülerin kostet 3 Mana, ist Nankamen, Holo, 2-2. Für Tep kann man einen Mana in einer Bedingung Farbe erzeugen. Für 7 Mana plus Tep, man kann sie opfern. Dann kann man einen 5-5-roten Drachenkreatur-Spielstein mit Flugfähigkeit erzeugen. Nice. Und noch ein Top, der... Sehr schön. Warte, jetzt habe ich mir Fehler gemacht. Das Haus ist jetzt überrascht mit Überraschungen. Die wir hatten, gehe ich nicht mehr durch, auch mit Namen nicht mehr. Grünhain, Wächterin. 2 Mana, 11 Speer. Kombi 2-2 hat Wachsamkeit. Axt des Marodeurs. 2 Mana hat defakt Ausrüstung. Die ausgerüstete Kreatur hat plus 2, plus 0. Das Ausrüstung kostet 2 Mana. 2 Mana, legt diese Karte, genau. Dann kann man sie ausrüsten. Mehr kann sie nicht. Elfenbein-Ritter. Hatten wir, glaube ich, schon. Horn ist der Miliz. 3 Mana, Mensch, Soldat. Komm mit 2, 3 hat Wachsamkeit. Wenn er ins Spiel kommt, kann man die obersten 4 Karten unserer Bibliothek anschauen. Dann kann man eine Kreaturenkarte mit Stärke 2 oder weniger offen vorzeigen und auf unsere Hand nehmen. Der Rest in eine zuvergreifolge unter unserer Bibliothek zurückklicken. Luftschiff-Ingenieur kostet 4 Mana, Kreatur, Mensch, Handwerker. Solange wir ein Artefakt kontrollieren, erhält diese Karte plus 2, plus 0 und Flugfähigkeit. Komm mit 2, 4. Von den Toten auferstehen. 5 Mana ist eine Hexerei. Man kann eine Kreaturenkarte unserer Wahl auf dem Friedhof unter unserer Kontrolle ins Spiel zurückbringen. Die Kreatur ist zusätzlich von ihren anderen Farben und Typ ein schwarzer Zumbi. Transmutation start. 3 Mana, Artefakt. Der Transmutation kommt mit 3 Ladungsmarken ins Spiel. Für 1 plus Z kann man eine Ladungsmarke entfernen. Dann kann man zerstören. Eine Kreatur deiner Wahl, ihre Beherrscher, erzeugt einen 2, 4. Weißen Ochse-Kreaturspielstand. Aktiviere diese Wechsel nur. Zu einem Zeitpunkt, zu dem du eine Hexerei wirken könntest. Als nächstes bewaldete Schlucht und ein Ritter. Ritter. Das ist jetzt nicht so der Überbringer. Das hat man nicht nur über Transmutation start. Gibt zum Gegner zusätzlich noch einen Aussort. Es ist ein cooles, eine starke Kreatur, die man zu einem Aussinn kann machen. Titanischer Wachstum. 2 Mana, Spontanzauber. Eine Kreatur unserer Wahl hält durch 4 plus 4 bis zum Ende des Spielzugs. Kann man mal machen. Feindseliger Minotaurus. Feindseliger Minotaurus. 4 Mana, Kreatur Minotaurus. Hat Eile und kommt mit 3, 3. Zweiköpfiger Zombie hatten wir. Hatten wir Hochlandwild. 2 Mana, Hirsch. 2, 1. Wenn es der Hochlandwild stirbt, erhält man 2 Lebenspunkte. Mora-Stampfer, 6 Mana, Kreatur, Bestie, kommt mit 6, 5. Kann aber nichts. Schmelzen hatten wir Giftpfeilbogenschütze. 4 Mana, 11 Bogenschütze, kommt mit 2, 3. Hat Reichweite und Todesberührung. Und immer wenn eine andere Kreatur stirbt, verliert jeder Gegner ein Lebenspunkt. Nice. Turm am Riss, Land. Er kommt getappt im Spiel. Wenn der Turm ins Spiel kommt, Opferin, es sei denn, du bezahlst ein Mana. Und für Tapp erzeuge ein Mana einer beliebenden Farbe. Druide der Hörner, 4 Mana. Kreatur Minotruide, Kommi 2, 3. Immer wenn du ein Aura-Zauberspruch wirkst, der den Druiden, der Hörner als zielbestimmt, erzeuge einen 3, 3 grünen Bessie-Kreatur-Spielstahl. Als Rare, ausserordentliches Vastrum, 6 Mana, Verzauberung Aura, verzaubert eine Kreatur. Die verzauberte Kreatur hält plus 7, plus 7 und verursacht Trampelschaden. Nicht schlecht. Meandersturm, Meandersturm und Fledermaus. Hallöchen, das erste Mal. Und jetzt haben wir noch keine Mystiker gesehen. Sich verziehen, 2 Mana, spontan sauber, bring eine beliebende, bleibende Karte deiner Wahl, die kein Land ist, auf die Hand des Besitzers zurück. Hatten wir, glaube ich, erstickende Spuren, 4 Mana, spontan sauber. Eine Kreatur und zur Wahl hält minus 3, minus 3 bis zum Ende des Zuges. Hatten wir. Ja. Das sieht enorm cool aus. Cool aus. Nebelwand, 2 Mana, Kreaturmauer, Verteidiger mit 0,5. Gänzlich verlaufen, 5 Mana, spontan sauber. Leg eine bleibende Karte deiner Wahl, die kein Land ist, oben auf die Bibliothek ihres Besitzers. Der Auftragsmörder. Lavax, 5 Mana, Hexerei. Sie fügt ein Spiel oder Planeswalkerin zu unserer Wahl für Schadenspunkte zu, was ziemlich nice ist in diesem Reprint. Wellenrost, 2 Mana, Pferd, Fisch. Kommt mit 0,5. Kann nicht von grünen Kreaturen geblockt werden. Und immer wenn das Wellenrost einen großen Schaden zufügt, kannst du eine Karte ziehen. Falls du dies tust, wirf eine Karte ab. Für 2 Mana erhält das Wellenrost plus 2, minus 2 bis zum Ende des Zuges. Blutige Weisung, äh Weissau. 4 Mana, Hexerei. Opfer einer Kreatur als zusätzlich kosten, um einen Zauberspruch zu wirken. Ziehe 3 Karten, kostet 4 Mana. Geschenk des Paradieses. 3 Mana, Verzauberung, Auer. Verzaubert ein Land. Wenn Geschenk des Paradieses ins Spiel kommt, erhältst du 3 Lebenspunkte dazu. Das verzauberte Land hat, TEP, erzeuget 2 Mana, genau eine gelegene Farbe. Oh, die nächste Mystic Rare, das ist der zweite, Planeswalker. Nice. Und wir haben Liliana vom Tod umberührt. Nice als Mystic Rare, der zweite Planeswalker. Bist du, na risch. 4 Mana, legendäre Planeswalker Liliana. Aber Lilianitätspunkte 4 kommt für Plus. Für Plus 1, lege die obersten 3 Karten deiner Bibliothek auf deinen Friedhof. Falls du runter mindestens eine Zombie-Karte ist, verliert jeder Gegner 2 Lebenspunkte und du erhält 2 Lebenspunkte dazu. Für Minus 2, eine Kreatur der Neuval erhält Minus 6, Minus 6 bis zum Ende des Zuges, wobei X gleich der Anzahl an Zombies ist, die du kontrollierst. Für Minus 3, du kannst in diesem Zug Zombie-Karten aus deinem Friedhof wirken. Nice. Nice, nice. Ein Sumpf passend dazu. Und noch ein Avatar. Wow, der zweite Planeswalker. Wow, geil, cool. Nice. So kann es schön weitergehen. Rache nehmen, 2 Mana Hexerei, man kann eine getappte Kreatur unserer Wahl zerstören. Tollwütiger Biss, 2 Mana Hexerei, eine Kreatur unserer Wahl, die wir kontrollieren, fügt ein Gegner deiner Wahl, die du nicht kontrollierst. Schadenspunkte in Höhe der Stärke zu kommen. Techno Schmied, Wunderkind, ein Mana Mensch Handwerker, kommt mit 1, 2. Der Techno Schmied, Wunderkind erhält plus 1, plus 0, solange wir einen Artefakt kontrollieren. Dann haben wir Schock, 2 Mana für Wurzelschlinge, das Spontansauber, das hatten wir schon. Oreskos, Scharfskralle, 2 Mana, Kreatur, Katze, Krieger, kommt mit 3, 1. Wachsamer Ballot. Bestie Kreatur für 5 Mana, hat Wachsamkeit und 5, 5. Himmelsreiterpatrouille, 4 Mana, Kreatur, Elf Speer, fliegend, kommt mit 2, 3. Zu Beginn des Kampfes in deinem Zug kannst du 2 Mana bezahlen. Wenn du dies tust, lege eine 1, plus 1 Mark auf eine andere Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst. Und jene Kreatur hat Flugfähigkeit bis zum Ende des Zuges. Also heißt es ein Wald, ein Wasser, es ist ein Grünes, es ist ein Blaues. Doppelzauber, 2 Mana Hexerei. Wenn du in diesem Zug deinem nächsten Spontanzauber oder deine nächste Hexerei wirkst, kopiere jenen Zauberspruch. Du kannst neue Ziele für die Kopie bestimmen. Lena, selbstloser Champion als Rare. Legendäre Kreatur, Mensch, Ritter, kommt für 6 Mana mit 3, 3. Wenn sie ins Spiel kommt, kann man für jede Nicht-Spielstein-Kreatur, die man kontrolliert, einen 1, 1, 2. Soldat-Kreaturen-Spielstein erzeugen. Man kann sie opfern. Opfer Lena. Kreaturen, die wir kontrollieren und deren Stärke kleiner ist als die Stärke von Lena erhalten und Zerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges. Nice. Dann haben wir bewaldete Schlucht und ein Doblin. 3 Booster. Hier ist es noch. Ausbilder der Cavalier. Oh, pardon, hatten wir. Ja, jetzt wiederholt sich alles. Ne, doch nicht. Bittere Kälte. 3 Mana, Spontanzauber. Kreaturen, die deren Gegner kontrollieren, erhalten minus 2, minus 0 bis zum Ende des Zuges und man kann eine Karte sehen. Spiegelbild, 3 Mana, Kreatur, Gestaltenwandler, kommt mit 0, 0. Du kannst das Spiegelbild als Kopie einer bleibenden Kreatur, die du kontrollierst, ins Spiel kommen lassen. Schildros. Chirapur, Führer, 3 Mana, 11 Sperr, kommt mit 3, 2. Für 3 Mana, ein Kreatur unserer Wahl, die man kontrolliert, können in diesem Zug von Kreaturen mit Stärke 2 oder weniger nicht geblockt werden. Und als Rare öffnet die Gräber. Hatten wir die nicht schon? Doch, die hatten wir schon. Öffnet die Gräber. Steinbruch und ein Ritter. So, zweitletzte Wuster. Feuerelementar. 5 Mana, Kreatur Elementarwesen, 5, 4. Ritterlicher Schwur. 2 Mana, Verzaubung Aura. Verzaubert natürlich eine Kreatur. Die verzauberte Kreatur erhält plus 2, plus 2. 2. Manalit. Blitzeinschlag. 2 Mana, Spontansaugung. Der Blitzeinschlag fügt dein Ziel, deiner Wahl, 3 Schadenspunkte zu. Ist das die erste Reprint oder ist das eine neue? Ich bin mir nicht sicher. Arcane Enzyklopädie. 3 Mana, Artefakt für 3 plus Tep. Also 3 Mana plus Tep kann man eine Karte ziehen. Albtraumhaftes Verlangen. 1 Mana, Spontansaugung. Man erhält ein Lebenspunkt dazu. Eine Kreatur unserer Wahl erhält minus 6, minus 6 bis zum Ende des Zuges, wobei x gleich der Anzahl ein Lebenspunkt ist, die du in diesem Spielzug erhalten hast. Also dazu erhalten hast. Und als Rare, Friedhofs Marschall. 2 Mana, Kreatur, Zombie, Soldat. Komm mit 3, 2. Wow. 3 Mana, schicke eine Kreaturenkarte aus deinem Friedhof ins Exil. Erzeuge einen getappten 2, 2 schwarzen Zombie-Kreaturspiel. Nice. Ein Gemirke. Oh, Feldkrieger als Olo, Olo, Olo und ein Zombie. So, das letzte Buster für diesen A. Dann kommt der nächste Part. Vielleicht. Jungmann. Nein. Scherz. So. Jetzt aber. Das letzte Pack. Essenzzerstäubung. 2 Mana, Neutralisierung, eine Kreatur, Zauber, Deine Wahl, Spontanzauber, eine coole Reprint. Revitalisieren. 2 Mana, Spontanzauber, du hast 3 Lebenspunkte dazu, zieh eine Karte. Kolossales Schreckensmaul hatten wir. Oh, Gelehrte durch Sterne. 4 Mana, Mensch, Handwerker kommt, kommt der 3, 2. Wenn der Gelehrte der Sterne ins Spiel kommt und falls man ein Artefakt kontrolliert, kann man eine Karte ziehen. Verräterische Tat, ebenfalls hier drin. 3 Mana, Hexerei. Man kann bis zum Ende des Zuges die Kontrolle über eine Kreatur zur Wahl von Gegner nehmen. Dann sie enttappen und sie hat eine bis zum Ende des Zuges. Also, man kann gleich mit der angreifen. Dann hatten wir ebenfalls kolossale Erhabenheit. So, jetzt habe ich es. 3 Mana, Verzauberung zu Beginn deines Versorgungsements und falls du eine Kreatur mit Stärke vierter mehr kontrollierst, kann man eine Karte ziehen. Von den Toten hatten wir schon. Als Rare, Sai Meister, Topterist. Legendäre Kreaturmensch, Handwerker. 3 Mana, kommt für 1, 4. Wenn man auch immer, wenn man ein Artefaktzauber wirkt, erzeugt man einen 1-1 farblosen Topter-Artefaktkreaturen-Spielstatt mit Flugfähigkeit. Für zwei Opfere zwei Artefakte, man kann eine Karte ziehen. Überschwemmte Knochenacker und als letztes noch ein Drache. Ja, eine Mystic Rare haben wir gezogen. Ich schaue nochmal schnell hier nach. Genau, eine war es. Und es war ein Planeswalker. Und so kann es für Part für Part ja gerne weitergehen. Nun, wenn dir das Video gefallen hat, gebt dem Video doch einen Daumen nach oben. Und ansonsten sage ich wieder Ciao, bis zum nächsten Mal.